Let's start with the Oster-Content! Wir starten mit einem Morgen gegen Langeweile mit Washi-Tape. Und ich sag's euch, Leute, das Ergebnis wird so cool. Und ihr könnt's sogar als Osterkarte beruzen oder einfach nur als Bild oder als Blog-Cover. Falls ihr übrigens bestimmte Wünsche für Ostern habt, schreibt's in die Kommentare. Und ich versuch so viele wie möglich davon zu beantworten. Ups, ihr habt ja gerade gesehen, da ist ein kleiner Fehler passiert. Aber das können wir ganz schnell ausbessern. Mit einem Namensschild zum Beispiel oder Frohe Ostern alles noch ausschreiten. Und so könnt ihr's auch verschenken.